Mann, ist das ein schönes Wetter draußen. Genau das richtige Wetter, um zum Jugendhaus ein bisschen Basketball spielen zu gehen. Ja Mensch, Klaus, was machst du denn in ihrem Jugendhaus? Ja, ein bisschen chillen und so, ne? Meine Freunde kommen gleich auch noch. Wir wollen noch ein bisschen zocken hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, ist das ein schönes Wetter draußen. Genau das richtige Wetter, um zum Jugendhaus ein bisschen Basketball spielen zu gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, ist das ein schönes Wetter draußen. Genau das richtige Wetter, um zum Jugendhaus ein bisschen Basketball spielen zu gehen. Mann, ist das ein schönes Wetter draußen. Genau das richtige Wetter, um zum Jugendhaus ein bisschen Basketball spielen zu gehen. Amen.